Die Genialität des Trust-Systems ist recht leicht mit einem sehr anschaulichen Beispiel erklärt. Und zwar, stellt euch mal vor, ihr seid so ein Juror bei einem Marathon, bei einem Wettrennen oder so. Und ihr wisst aber genau, dass es Betrüger gibt in diesen Wettrennen. Es gibt die Leute, die halt normal rennen und ihre eigene Kraft benutzen, es gibt aber auch Leute, die gedopt sind. Und jemand, der zum Beispiel Blutdoping betreibt, der hat beim Rennen, also wenn er sprintet, die Arme oben und wackelt mit denen, wie so ein cooler Boy. Jemand, der Koks genommen hat beim Rennen, der ruft die ganze Zeit, Salat, Salat, Salat. Und jemand, der Speedintos hat, der rennt mit den Armen so nach vorne, wie ein Zombie. Und die anderen rennen natürlich normal, weil sie nichts genommen haben. Ein Anti-Cheat, sowas wie wac, läuft praktisch neben dem Rennen mit, sobald es losgeht. Es läuft mit und schaut, wie die Leute rennen. Achtet auf die Arme, sind sie vorne, sind sie oben, schreit jemand dabei oder laufen die Leute normal. Mal, sowas bekommen die Cheater, die Betrüger in diesem Rennen natürlich mit. Sie wissen, ah, wenn ich meine Arme hochmache, dann merkt es das. Ich mache die Arme lieber mal runter. Ich schreibe meinen Code um, ich merke mir, ich mache die Arme runter beim Rennen. Und schon ist dieser Betrüger schwieriger zu erkennen, weil er sich anpasst. Die Signatur ändert sich. Wack guckt drauf und denkt sich, ah, okay, die Arme sind nicht oben, ist wahrscheinlich ein Legit-Boy. Ich denke, man merkt jetzt schon, wie extrem uneffektiv so ein Programm ist. Das während des Spiels läuft, mitläuft und nach Signaturen Ausschau hält. Vor allem, wenn es halt jetzt auch nicht irgendwie auf dem aktuellsten Stand ist und so weiter. Aber selbst dann, also wenn dieses Programm, das mitläuft, alles kennt, was es jetzt bis heute gibt, bis zu diesem Zeitpunkt, selbst dann wird es Menschen geben, die was Neues finden. Und dann sind wieder Cheats im Umlauf, die funktionieren. Sowas ist nie wirklich ultra effektiv. Von Wagnet möchte ich jetzt erstmal an der Stelle nicht anfangen, weil es etwas komplizierter ist. So, das ist Wack. Das ist ein Anti-Cheat, der einfach mitläuft und das Spiel abtastet auf Cheater. Also auf Hände nach oben, Hände nach vorne oder Schreihälse. Der Trust-Faktor, der bittet die Leute, bevor sie überhaupt ins Spiel gehen, mal eben zu sich her. Ja, die müssen mal vom Spielfeld runter. Dann wird ein Bluttest gemacht und geguckt, ob sie was intus haben, ob man ihnen vertrauen kann. Kann man diesen Leuten trusten? Sind das vertrauenswürdige Menschen? Wenn da Leute dabei sind, bei denen dann was festgestellt wurde, das überfrage ich jetzt komplett aufs Spiel, dann dürfen die nur mit anderen rennen, die auch festgestellte Substanzen in sich tragen. Und alle anderen dürfen unter sich bleiben. Also die normalen Spieler, die nicht gedopt sind, die dürfen zusammen ihr Wettrennen machen und sich danach anfassen oder so. Genau so funktioniert ein Trust-System. Sowas kann extrem effektiv sein. Und damals wurde der Weg geebnet. Aber es wurde so scheiße aufgenommen, dass es, wenn es verbessert wird, wahrscheinlich maximal im Hintergrund verbessert wird. Wenn die mit einer Verbesserung kommen mit dem Update für Trust, dann sagen alle, Was, Trust? Ich will 28 Tick! Oder so. Das haben wir einfach wieder verschissen. Deswegen ist der Steam-Account bei Trust so unglaublich wichtig. Ich weiß, dass sich dazu Valve etwas bedeckt gehalten hat. Sie haben es nur angedeutet, dass der Steam-Account sehr wichtig ist. Aber logischerweise kann man nicht alle Punkte einfach so auflegen als Firma und sagen, Übrigens, das sind die Punkte, die ihr manipulieren müsst und schon könnt ihr mit allen anderen zusammenspielen. Sowas muss logischerweise geheim gehalten werden oder unter Verschluss, wie auch immer. Aber ich denke, alleine schon aus meinem Beispiel heraus, versteht man, warum die Stats in CSGO zum Beispiel auch nicht allzu wichtig sind. Weil solche Sachen kann man sehr, sehr einfach faken. Man kann die Spielstunden sehr leicht faken, man kann den Rank unglaublich leicht faken, man kann die gewonnenen Spiele faken, selbst die Bewertung und so weiter kann man faken. Für alle diese Fakes bzw. Boosts, wie sie auch genannt werden, kann man oder muss man ab und an Geld bezahlen. Um irgendein Beispiel zu nennen, Boosting Games. Waren eine ganz lange Zeit sehr groß im Kommen, ich weiß nicht, ob das immer noch so aktuell ist, aber damit konnte man seinen Rank dann down- oder upboosten lassen. Du konntest praktisch deinen Traum-Rank einfach bekommen. CSGO hat an sich zu wenig Variablen, um einen guten Trust-Faktor erstellen zu können, weil man alle Variablen in CSGO selbst zu leicht faken kann. Wenn man dann aber wiederum Steam nimmt und Steam als Blutbild oder Körper der User veranschaulicht, da kann man dann viel, viel mehr machen. Um ein Extrembeispiel zu nennen, jeder Blinde könnte wahrscheinlich sagen, dass ein Account, wie jetzt zum Beispiel meiner, der schon 100 Millionen Jahre alt ist und halt einfach bombig dasteht, dass der am besten nicht mit einem Account zusammenspielen sollte, der sich Counter-Strike und den Account gestern erstellt hat. Und das macht Trust. Genau diesen Punkt macht Trust. Also Trust sagt, wow, der eine ist aber nicht wirklich trustworthy. Möglicherweise ein Cheater oder ein Smurfer. Lieber nicht zusammenführen. Da fällt mir übrigens was ein, was ich gar nicht im Kopf hatte. Die ESL-Liga hatte früher auch sowas, und zwar die ESL-Player-Card. Wenn du Trusted-Games haben wolltest, wenn du auf einen gewissen Trust-Faktor wolltest, musstest du eine ESL-Player-Card beantragen. Dafür hast du dann deinen Personalausweis abfotografieren müssen, ihn schicken müssen und dann noch ein bisschen Geld hinterher schicken müssen. Und dann hast du eine Player-Card bekommen. Die war auch für Events und so ein Schotter. Aber mit dieser Karte warst du Trusted. Und der Sinn dahinter war folgender. Sobald ein Trusted-Spieler gecheatet hat, dann wurde er als Mensch gebannt, weil die ESL seinen Namen hat, also seine gesamten Daten. Dann hieß es, alles klar, Hans-Peter Jürgen, du hast gecheatet, du kannst als Mensch nicht mehr bei uns spielen. Das ist der Gedanke hinter Trust. Valve ist halt so, dass sie überhaupt nicht auf deine privaten Daten zugreifen wollen. Sie haben ja schon öfter gesagt, solche Programme, solche externen Programme, wie sie auch gewisse CSGO-Liga-Seiten haben, sowas möchten sie nicht, weil sie nicht auf den PC der User so sehr zugreifen wollen, um eben Privatsphäre zu sichern und bla bla bla, was ja an sich auch ein edles Ziel ist. Und wie gesagt, über Steam kann man sehr, sehr guten Trust-System aufbauen. Das ganze System hat leider einen riesigen Nachteil, und zwar sind neue User angeschissen. Also neue User, die nicht smurfen, die nicht cheaten, die sich heute einen Steam-Account machen und sich Counter-Strike holen, die werden höchstwahrscheinlich erstmal eine schlechte Zeit haben. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr ein bisschen an eurem Steam-Account arbeitet, dann wird es. Ich werde euch hier auch nochmal mein Trust-Faktor-Video verlinken, wobei ich glaube, ich bald auch nochmal ein neues mache, um da nochmal etwas genauer drauf einzugehen. Das war direkt nach dem Update, da habe ich selbst noch nicht alle Fakten und Daten im Kopf gehabt, oder eben Theorien. Mittlerweile gibt es so unglaublich viele bestätigte Tests, die immer wieder bestätigen, dass der Steam-Account der ausschlaggebende Punkt im Trust-System ist. Dass Spielstunden und so weiter in CSGO selbst nicht so wichtig sind, wie dein Steam-Account. Also wie alt er ist, wie viele Spiele du darauf hast, wie viele Stunden du diese anderen Spiele schon gespielt hast, und so weiter und so fort. Es gibt in Steam so unglaublich viele Variablen, dass es dann für einen Cheater, der einen hohen Trust erkaufen möchte, sehr teuer wird. Ich meine, versuch mal einen Steam-Account zu kaufen, der 300 Spiele hat und insgesamt vielleicht 40.000 Spielstunden und 50 Artworks und 80 Trilliarden Gruppen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt zig Variablen, die bestimmen können, wie gut dein Trust-Faktor ist. Und alle diese Variablen wären viel zu teuer für einen Cheater, sich die finanziell verändern zu lassen. Ich hoffe, ich konnte jetzt hier so ein bisschen verdeutlichen, was der Trust-Faktor genau macht, oder warum er eben überhaupt da ist. Also wie sehr er ergänzend hinzukommen kann zu anderen Anti-Cheat-Systemen. Natürlich kann man einzelne Dinge an meinem Beispiel jetzt auch auseinandernehmen. Und sowas sagen wie, ja gut, dann erfindet man vielleicht Doping, das man nicht im Blut feststellen kann. Dieses Beispiel sollte jedoch nicht die einzelnen Praktiken speziell jetzt beim Blut-Doping irgendwie aufklären, sondern euch einfach nur veranschaulichen, dass der Trust-Faktor im Vorfeld schon wirkt und Wack nur während dem Spiel funktioniert. Also während man dann schon spielt. Und man in der Theorie mit einem gut laufenden Trust eben erst gar nicht mit Cheatern in Berührung kommt und vor allem auch nicht mit Smurfern. Die Sache ist dann nämlich auch damit abgedeckt. Also sofern er perfekt funktionieren würde. Ein Nachteil habe ich ja schon genannt, und zwar sind die Leute, die sich halt neue Accounts machen, ziemlich angeschissen. Das ist schon mal ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass du, wenn der Trust-Faktor perfekt oder gut funktioniert, dann kannst du nicht mehr mit Freunden zusammenspielen. Also man kann nicht mehr mit Kollegen zusammen reinqueuen. Beziehungsweise, wenn man es dann macht, dann wird der schlechteste Trust-Faktor angenommen. Weil sonst, wenn es andersrum wäre, wenn man den besten Trust-Faktor nehmen würde, wäre es ja wieder genau falsch. Weil du dann nämlich in deiner Lobby bist, also meinetwegen mit vier Kollegen von dir, und ihr habt alle den gleichen Trust. Und gegenüber im Team sind vier Leute mit gutem Trust und ein Cheater. Aber das ist ein Kumpel von den Leuten. Und das Trust-Faktor-System sagt Scheiß drauf. Der hat zwar auch den schlechten Trust-Faktor, aber wir nehmen ja den besten. Somit wäre das sofort auseinandergehebelt. Deswegen nimmt man aktuell ja immer den schlechtesten. Deswegen auch diese orangenen, roten Warnungen. Das heißt aber auch direkt in diesem Moment alles klar, dieses Spiel hat nichts mehr mit meinem Trust-Faktor zu tun. Das heißt, hier kann alles passieren. Das ist der größte Nachteil am Trust-System. Das heißt, es funktioniert nur, wenn du Solo-Queust. Da geht es am besten. Dann hast du die hundertprozentige Trust-Geschichte. Sobald du nur einen einzigen Mate dabei hast, ist er nicht mehr so da, wie er da wäre, wenn es eben Solo-Queue wäre. Und das ist schon irgendwie eine... Ja, das ist irgendwie blöd. Also man könnte, um jetzt irgendein Lösungsbeispiel zu nennen, wobei ich hier keine Lösung eigentlich parat habe, aber die liegt ja auf der Hand. Man könnte die Trust-Faktor-Level anzeigen lassen, in Counter-Strike oder meinetwegen in Steam direkt. Und könnte dann sagen, ja gut, so wie mit den Rängen, dass Trust-Faktor Unterschied 1 noch zusammen spielen kann oder meinetwegen Unterschied 2. Die können noch zusammen spielen, aber alles andere nicht. Damit man zumindest eine Übersicht hat, mit wem man halt circa spielen kann. Das war damals auch schon die Diskussion, als der Trust-Faktor rauskam. Da haben viele dann kommentiert, oh nein, jetzt muss ich ja meine Kumpels aus meiner Freundesliste rausschmeißen, weil viele von denen halt überhaupt keinen Trust-Faktor haben wahrscheinlich, weil sie so einen schlecht ausgebauten Steam-Account haben. Viele beklagen sich ja auch immer wegen den Stunden, dass sie gegen Leute spielen, die nur 300 Stunden haben, nur 400 Stunden. Da will ich nur noch winzige Anmerkungen dazu sagen. Ihr müsst immer bedenken, dass man mit unter 100 Stunden easy auf LE sein kann. Bei mir war es der Fall. Ich war mit unter 100 Stunden auf LE. Weil ich halt schon seit 20 Jahren Counter-Strike-Spieler bin. Ob man jetzt 100 Stunden hat oder 10.000 Stunden, ist an sich unter gewissen Umständen kaum ein Unterschied. Wenn ein totaler Kack-Noob bei Silber 1 anfängt und die ersten 5.000 Stunden braucht, um überhaupt da mal Richtung LE oder so zu kommen und sich dann wundert, dass jemand mit 100 Stunden auch LE ist, das ist halt bescheuert. Das ist komplett bescheuert. Nehmen wir zum Beispiel mal den einfachsten Fall. Dein Account wird gehackt oder wie auch immer und du machst dir einen neuen Steam-Account. Du holst dir Counter-Strike, mittlerweile ja, kommst du los, dann besorgst du dir Prime. Da ist schon mal ein kleiner Haken einzusetzen. Wenn du es dir kaufst, dann geht meine Theorie, wenn du es dir freispielst, verbrauchst du ja ziemlich viele Stunden, nur damit dir Prime freizuspielen. Somit sagen wir mal, derjenige kauft sich Prime einfach direkt. So, und dann wird er nach wie vielen Spielen eingerankt? Nach 10 Spielen. Wie lange dauert so ein Spiel? 45 Minuten? Sagen wir einfach mal eine Stunde. Sagen wir mal, man wird nach 10 Stunden eingerankt. Rechnen wir einfach mal, ich weiß gerade nicht, ob ich logisch denke. Denke ich, ist das gerade alles so einfach, wie ich mir das vorstelle? Wir sagen einfach mal aufgerechnet, man braucht 10 Stunden. Man ist ein guter Spieler, reißt direkt die ersten paar Spiele dick rein, weil man da auch ziemlich low eingeführt wird, also auch gegen Anfänger spielt. Die reißt man dann eher ein, weil man sich ja schon auskennt. Sagen wir mal, man braucht halt 20 Spiele, also 20 Stunden. Und dann rechnen wir noch 10 Stunden Gedödel obendrauf. Dann ist man nach 30 Stunden eingerankt. Sagen wir mal mit Doppel-AK oder DMG. Geht das überhaupt? Früher war, glaube ich, Doppel-AK der höchste Einrankungsrang. Mittlerweile weiß ich nicht, wie weit das ist. Gehen wir mal davon aus, das ist nach wie vor Doppel-AK. Dann macht man noch ein paar Spiele, also sagen wir mal noch 10 und zieht die halt einfach durch. Es geht natürlich auch bei der Sache um Glück, also wie gut sind die Gegner, wie ist deine eigene Performance und so weiter, also wie ist deine Tagesform. Aber gehen wir mal davon aus, jemand hat einen guten Lauf und ist ein LE. Nach 50 Stunden. Und dann spielt er gegen andere LEs oder meinetwegen, ihr wisst ja, diese Rank-Gap ist ja recht groß. Alleine schon der Unterschied von LE zu LE, also in einem einzigen Rank kann er wirklich riesig sein. Vor allem, wenn jemand gerade frisch auf und der andere frisch abgerankt ist. Das heißt, es spielt ein ehemaliger DMG gegen einen ehemaligen Lem und vielleicht hat der DMG zu diesem Tag noch Pech und einen schlechten Tag. Der ehemalige Lem einen sehr guten Tag und schon reißt dieser LE den anderen LE ein und das heißt, ah, der cheatet oder es heißt Skillfaker und blablabla, also Smurf. Diese ganzen Variablen werden einfach nie bedacht. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich schon wieder da hinabweiche. Worauf wollte ich jetzt überhaupt hinaus? Fuck a doodle. Ach ja, mit den Stunden. Guck nicht so auf die Stunden. Scheiß auf die Stunden. Wirklich. Scheiß da drauf. Jemand mit 10.000 Stunden, ja, der macht dann mal zwei Jahre Pause und spielt dann wieder und ist halt einfach schlechter. Dann kann derjenige ja auch nicht sagen, oh, ich hab 10.000 Stunden und der andere nur 3.000 und trotzdem ist er besser als ich. Huhuhu. Wisst ihr, wie ich meine? Diese Stunden an sich sagen nicht viel. Ich werde doch immer wieder angeschrieben von wegen, ich hab jetzt schon, keine Ahnung, 1.350 Stunden und bin gerade auf Gold 4. Ist das gut? Die Stunden haben, wenn ihr alle Variablen bedenkt, die im Leben passieren, nichts mit eurem Rank zu tun. Wenn ihr komplett casual spielt, ja, und einfach x Millionen Stunden ansammelt, dann seid ihr trotzdem nicht gut. Also, weil ihr immer nur aus Spaß vor euch hinspielt, aber das nicht ernst nehmt. Viele Leute lassen den PC an. Die lassen Counter-Strike auch einfach mal eine Nacht oder zwei oder drei an, weil sie es vergessen. Und schon sammelt man sich hunderte Stunden plus drauf, die nichts damit zu tun haben. Spielstunden sind nicht gleich Skill. Man kann an Spielstunden maximal einen gewissen Skill erahnen, aber man kann nicht davon ausgehen. Man kann auch nicht mal sagen, dass jemand, der nur 30 Stunden hat, zwingend schlechter sein muss, wie jemand, der 10.000 Stunden hat, weil man ja nicht weiß, ob das nicht vielleicht gerade sein zweiter Account ist und der erste ist bei vier Millionen Spielstunden. Man weiß nichts über den anderen. Und deswegen bringen die Spielstunden auch einfach nichts. Es hat keinen Sinn, danach zu gucken und zu sagen, oh, 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 so eine Legende mit 100 Stunden. Ihr wisst doch gar nicht, wie viele Accounts er schon mit 10.000 Stunden hat, die einfach alle voll sind mit Skins. Guck mal, das ist bei mir der Grund gewesen, warum ich einen zweiten Account machen musste, weil mein erster voll war. Ich muss jetzt einen dritten machen, weil der zweite auch voll ist. Zum Glück ist Counter-Strike jetzt kostenlos. Also, hey, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Guckt nicht auf solche Lappalien. Das war es eigentlich soweit. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt schon wieder so ausgeschwenkt bin, aber es gibt einfach Dinge, die fucken mich dann so ein bisschen ab. Also, nicht, dass mich der Mensch abfuckt, der das schreibt, der vielleicht so denkt und so weiter. Ihr wisst, ihr seid alle, wir sind alle die ultimativ coolen Boys und Girls. Jeder macht mal Fehler oder liegt falsch. Ich mache auch ständig Fehler. Ich bin auf keinen Fall ein Mensch, der irgendwie fehlerfrei ist. Ich bin ein mit Fehlern angefüllter Mensch und sicherlich sind auch einige Ansichten von mir extrem. Also, so wie andere Ansichten extrem sind. Ich glaube, ich bin das Extrembeispiel oder das Extremgegenteil von jemandem, der immer Cheater callt. Das mag sein, aber mir geht es dadurch einfach besser. Also, für mich, weil ich das Spiel nicht aufgebe und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Also, jetzt in dem Beispiel. Ich weiß nicht, ob es jemandem besser geht, der komplett ausraged, weil er glaubt, das wäre ein Cheater da, obwohl gar keiner da ist. Den Fall muss man immer im Kopf behalten. Warum sollte man sich aufregen über was, was überhaupt nicht vorhanden ist? Das ist auch egal. Aufmerksamkeit. The absolute Hammer. Ich werde jetzt die Tage noch ein kleines Tipp-Video machen mit Dingen, die mir aufgefallen sind zu... Wie heißt das? Dark Zone. Der Battle Royale-Modus halt in CSGO. Mal gucken, wie lang dieser neu entfachte kleine CSGO-Hype jetzt hält und wie weit wir auf dieser Welle surfen können. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass uns einige neue Menschen gefunden haben. Schön, dass ihr da seid. Es ist richtig edel. Es freut mich vor allem, dass wir wieder so viele Kommentare haben. Über die letzten paar Monate sind die Kommentare so in den Keller gesackt, dass das mir schon langweilig war. Da konnte ich an einem Tag alle Kommentare von dem Tag abarbeiten und das ist irgendwie traurig. Also es ist wirklich geil, wenn ich sehe, 200 unbeantwortete Kommentare sind vor mir. Natürlich ist es auch Arbeit, aber ich weiß, dass ich 200 Leute, na gut, vielleicht sind das von mehreren Videos Doppelkommentare, sagen wir mal, dass ich 100 Leute oder 130 Leute, 150 Leute, die Mühe gemacht haben und auch was ausgespeichert haben aus ihrem Kopf und mir geschrieben haben. Das freut mich einfach. Vielen, vielen Dank dafür. Heute Abend ist Livestream ab 18 Uhr. Ich hoffe, ich sehe euch. Da speichere ich live aus und ihr könnt auch live dabei sein, mitspielen und so weiter und so fort. Haut ordentlich ein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tsch 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 Bis zum nächsten Mal.